Hallo und herzlich willkommen zurück zu Neverwinter. Moin. Im Moment, nur zu zweit. Offensichtlich fehlt noch jemand. Äh. Ich habe einen trockenen Mund wegen meiner Waffeln. Äh. Cool, mein, äh, Geist ist jetzt auf Maximalstufe. Hohoho, sieht die böse aus. Jetzt schön mit rot. Euer Wunsch, mein Gefehl. Es gibt keine Ruhe. Wer hat mich gerufen? Ja, ich glaube diese Folge ist mal wieder eine der Folgen, die, äh, wo erstmal nichts passiert. Ja, alles ist Marius Schuld. Genau. Gebt ihm ruhig die Schuld. Den Rest kann er behalten. Ach, das kann man zweimal machen, okay. Moin. Moin. Da ist er. Do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do Und am Ende werden wir gar nichts sagen, so wie es immer ist, in der letzten Session. Schaut eigentlich noch irgendjemand dieses LP? Boah, mein Geist sieht echt geil aus. Hast du überhaupt jemanden gesehen? Hm? Hast du überhaupt jemanden gesehen? Ich glaube ja. Es gab so einige Leute, die das gesehen haben. Einer hat sogar... Ey, bleibt auf mich stellen! Einer hat sogar Kommentare geschrieben. War es an versehen? Das war an bestimmten Versehen. Ich kann ja mal kurz den aktuellen Status geben, wie es bei Neverwinter aussieht. Das muss ich allerdings von Neverwinter Nights trennen, da die gleich heißen und gleich laufen. Deswegen... Hm? So... Da, da, da... Achso, muss ich erstmal auf... Ja, kann ich gar nicht. Geht das nicht? Ne, geht nicht gut. 3, 14, 6, 8, 18, 8, 11, 10, 13, 9, 14, 4, 17, 8, 7, 11... Das sind auf jeden Fall interessante Aufrufzahlen. Bei Neverwinter Nights sieht es nicht anders aus. 11, 13, 14, 9, 5... Oh, die Superzahl 6. Ne, 11. Achso. 7, 17, 7, 9, 17, 11, 15, 16... Bingo. Eins! Wir haben einen Gewinner. Wir haben einen, der nur einen Aufruf hat. Was war denn das für eine Folge, sag mal. Wie heißt die denn? Leute, geht sofort auf Folge 74, Morgol Mavkram. Und der mag da eigentlich. Hm? Ich bin da. Ja, ne, ich meine im Spiel. Ich war die ganze Zeit drauf, dich einzuladen, und du bekommst dich auch anleihen. Achso. Hab mich da mal angeschrieben? Ich bin gleich da. Ich bin gleich da. Ne, das hab ich verstanden. Was hat Mike gesagt? Hab mich jemand angeschrieben? Achso. Ich nicht. Diese scheiß Musik, ey. Die muss in Badminton heute... Da muss man mit zum... Ausgefallen. Ausgefallen. Ausgelaufen. Ja, wahrscheinlich. Ja, der war's ja kurz, ne? Ja. Hatten wir schwer zugängliche Orte, oder Mantel... Hilfe für Brunner Battlehammer, oder? Die Battlehammer hatten wir doch ja schon fertig gemacht, oder nicht? Ne, ich nicht. Offensichtlich. Anni, Moment, Edding... Ah, nee, Mantel der Ried, äh, haben wir jetzt auch noch was mit ihm, ja. Was? Edding? Mantel der Ried, äh... Ah, okay. Es geht dann weiter mit ihm. Es geht weiter mit ihm. Ja. Äh, also mit wem... Welche Quest machen wir dann jetzt? Und vor allem, wie sieht die... Ich... Warte. Und vor allem, wie sieht die aus denn bei euch? Das interessiert mich im Moment. Also, wir dürften nur drei Quests haben aktuell. Welche denn? Äh... Quest 1, Quest 2 und Quest 3. Ja, wo und wel... Äh, was? Äh... Es sind, äh, eine Ansammlung von Buchstaben. In zwei Kapiteln eingeteilt. Und, äh, die befinden sich gerade in mein Questbuch. Ja, das ist, äh, super hilfreich. Ich würde bloß gesagt, wo und was. Das war die Antwort darauf. Ja, spezifischer, ja. Welche Region des Landes? Und wie heißt die Quest? Deutschland. So. What the fuck? Das ist nur mein anderes Universum, Mann. Kannst gar nicht weiter daneben liegen. Also, schwer zugängliche Orte im Allgemeinen. Also, Ort allgemein. Allgemein habe ich nur diese blöde Maskerade, die ich irgendwie nicht ablegen kann. Das war bestimmt die Sache, die, äh, nicht geht, weil der Quest-Abgeber nicht mehr da ist. Ja, wahrscheinlich. Was du mir letzte Woche gesagt hast. Ja, es vermag. Was? Äh... Scheiße, es stimmt, glaube ich, sogar. Ja. Ich habe Gedächtnis. Lücken. So, in Mantol-Dirid habe ich, ähm, diesen Bruno Battlehammer, dem König der Zwerge, helfen und, äh, halt da ankommen, in diesem Mantol-Dirid. Also, nach Mantol-Dirid gehen habe ich auch und ich sollte den, äh, Mantol-Dirid, den Bruno Battlehammer treffen. Kapitel 1. Steht bei mir. Kapitel 1 habe ich nicht. Doch, mit Bruno Battlehammer treffen. Also, wenn ich reingehe und, äh, Quest-Kapitel-1-Verteilung von Guntl-Grym annehmen. Ach, da steht Kapitel 1. Ja, okay. Das steht bei mir auch, ja. Okay, Schwettenwache und schwer zugängliche Orte habe ich den Wind- und Flammeninseln untersuchen. Ja, das, äh, musst du immer noch machen. Da können wir dir immer noch nicht beihelfen. Ach ja, stimmt. Genau das war das, ja. Ja, dann würde ich sagen, machen wir Mantol-Dirid. Okay. Xena, dieser Halbling-Typ von grinsenden Ponys, ist zurück im Niewinter und möchte euch im Treibholz treffen. Er wollte mir nicht sagen, was er wollte, außer, dass er von höchster Dringlichkeit sei. Würdet ihr ihm sagen, dass ich ein Hauptmann der Niewinterwache bin und nicht ein dahergelaufener Lümmel? Suche nach Spinne in der Treibholz-Taverne, es ist doch hier oben. Oh, jetzt bin ich extra nach der ganz hinten gereist. Ich weiß gerade nicht, wo ich hin soll. Ich bin erst in Mantol-Dirid angekommen. Ja, ja, aber ich soll offensichtlich hier noch jemanden sehen. Ja, das habe ich nämlich auch. Da wundere ich mich. Nachher endet das so und wir müssen eine gesamte Quest-Reihe nochmal machen. Da habe ich wirklich keinen Bock mehr. Dann ist meine Laune wirklich am Arsch. Ja, ich komme auch mal wieder zurück. Auf jeden Fall kann man den Treibholz erstmal beten am Feuer. Oh ja, ich baue noch 18 Sekunden. Müssen wir auf jeden Fall machen, dann kriegen wir nämlich Astral-Steine. So. Ja. Was? Michhorn Frogfring. Frogwing. Willkommen, willkommen. Oh Gott, was schreit ihr denn? Frogwing. Ist das jetzt Bruder von X-Wing oder was? Ich kenne einen Frogfring. Einen Frog habe ich meinen Kopf abgeschlafen. Ich weiß nicht, dass du da bist, Mario. Deswegen habe ich gerade noch ein bisschen was erlegt. Was hast du denn noch gemacht? Ein Weihnachtsgeschenk. Ah ja. Ach, so lange kann ich mich mal fertig laden. Ah, geht er. Äh, wo ist denn jetzt hier der... Das führt mich mal nach draußen. Wie heißen der Typ? Spinnen in der Treibungserwette finden, abgeschlossen mit Tristoruten sprechen und nach Mantul-Dirit gehen. Ach so, cool. Ah, okay, das soll ich... Äh, dann war ich ja doch schon fertig damit. Aber hier steht echt, sucht nach Spinne, so und so. Das ist doch Quertsch. Warum will ich das nicht? Gibt's, ey. Darf ich jetzt schon haken? Ich gehe einfach wieder zum Mantul-Dirit, fertig. Mein Geist sieht wesentlich cooler aus als dein scheiß Eisriese. Äh. Bei meiner ist kein Riese, sondern ein Golem. Wieder auch scheißigere. Mantul-Dirit. Ich glaube, da waren wir noch nicht. Da gibt's sogar ein Video. Oh, dann, pscht. Äh. So, wo wollten wir hin? Mantul-Dirit. Mantul-Dirit. Und pscht, 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 holen. Ihr reist mit Triss und Regis für herrliche Tage, bevor ihr... ...deckst weg. Triss, du hast es geschafft. Mit Regis und meinem Lieblingsabenteurer. Ich hab einen netten Platz in der Taverne. Oder dem, was davon übrig ist. Erst einen Krug Bier, dann muss der Differn. Dämonenlord, dran glauben. Endlich. So, wir sind da. Das war lustig. Da ist ein Reittier offenbar vorbeigegangen. Das sah aus wie ein Polygon-Skelett. Also einfach nur Striche mit Gelenken. So, als wenn es eine Animation in der Urform ist. Einfach nur Skelett. Das Animation-Skelett. Ich finde aber, mein Geist sieht wirklich geil aus. So als richtig böse. Vor allem hat es auch noch so einen roten Sch... ...Schleide. Genau. Schauen wir uns doch meinen Gefährten mal genauer an, was das jetzt kann. Äh. Ah, hier. Genau. Die Geisterberührung. Verbrennt das Team mit Magie des Astral-Lebende. Ja, aber einiges an Rüstungsdurchdringung und so. Ich glaube, so schlecht war es nicht. Sind wir komplett vollzählig? Wir sind so komplett vollzählig. Ah ja, ihr seid schon wieder vorgelaufen. Natürlich. Es wäre ja nicht, äh, Neverwinter, wenn meine Kollegen nicht einfach weiter vorlaufen würden. Aber ich, ähm, haben wir bei Mantol-Dirid, haben wir eigentlich da Wissen? Äh, da, 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 da. Sieht nicht danach aus. Ne, ist noch kein Wissen. Kann ich euch etwas vorspielen? Wird wahrscheinlich gleich noch kommen. In Mantol-Dirid müsst ihr auf der Hut sein, Abenteurer. Wir sind hier tief im Unterreich und die Regeln der Oberflächenwelt sind hier weit weg. Ich bin seit ein paar Tagen hier und kann euch sagen, dass hier so gut wie jede Ordnung zusammengebrochen ist. Ich werde euch mehr darüber berichten, was hier vor sich geht. Ihr habt mir geholfen, meine Thron zurück zu erobern. Jetzt müsst ihr mir helfen, ihn auch zu behalten. Gantle-Grimbe von Dämonen angegriffen. Das darf ich nicht zulassen. Ihr, Driss und ich werden diese Dämonen ein für allemal aufhalten. Seid ihr dabei? Moment. Ihr gebt euch zum Arm der Dätsun und verteidigt ihn gegen die Dämonen. Ja. Ja, jetzt auch. Wieso, war es bei dir anders? Boah, die Musik hier, ne? Da ist es. Ne, der markiert aus irgendeinem Grund aber mal wieder eine völlig andere Quest für mich. Jetzt bin ich mir wieder in die falsche Richtung gelaufen. Wo ist denn die Grundbeachtung? Hä, das war doch nicht die falsche Richtung. Interessant. Ja, es ist ja ein paar mehr Schiffe. Ja, ich dachte jetzt bloß, äh, weißt du, man geht doch jetzt, wenn man gerade in einem Gebiet ist, nicht wieder zurück. Das muss doch wieder Quatsch sein. Und äh... Schiff oder nicht Schiff, das gibt's bei der nächsten Folge. Noob, love.